Guten Abend. So, wir stehen vor der Canyon Sperre. Lagerkistendatenpads auf die Schnelle. Datenpads habe ich leider schon genommen. Das lag hier. Dann geht ihr die leider nach oben. Auf da lang. Dann habt ihr da nicht Geld. Vollidiot, falscher Weg. Geradeaus. Die nächste Kiste. Springt da rüber. Hobbelt euch da hoch. Oh, da ist sie. Yo. Da haben wir ja dann. Schon alles, ne? Und tschüss.